Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Brennt ihr auch für Fotografie und nützt ihr jede freie Sekunde eurer Freizeit, um fotografieren zu gehen? Und dann kommt die Urlaubszeit und ihr verreist nicht allein, sondern mit Familie, mit Kind, mit Ehefrau, Lebensgefährtin oder Freundin. Und dann könnt ihr plötzlich nicht fotografieren, wenn ihr wollt, weil ihr Familiendinge erledigen müsst. Ja, da seid ihr nicht allein, auch mir geht so. Und wenn ihr Zeit zum Fotografieren im Urlaub findet, dann ist es meist auch nicht in der Früh oder am Abend, wo das Licht weich und schön ist, sondern zumeist zur Umzeit, das heißt zur Mittagszeit, wo es harte Schatten gibt. Aber wenn man schon auf Urlaub ist und trotzdem Fotos machen will, dann muss man eben auch diese Zeit nützen. Es werden natürlich nicht die perfekten Foto mit Stativ und so weiter und mit toller Lichtstimmung, aber man muss das Beste draus machen. Aus diesem Grund heißt der Titel dieses Videos, normale Urlaubsfotos zur Umzeit. Wenn dich das interessiert, dann bleib bitte dran. Viel Spaß. Hallo zusammen, jetzt bin ich in Venedig angekommen und werde mal schauen, welche Motive es hier gibt. Leider, wie eingangs schon gesagt, am helllichten Tag, also zur Umzeit, aber das hält mich nicht ab, um hier doch einige Fotos zu machen. Ja, und so schlägelt man sich eben durch, durch die endlosen Gassen hier. Mit mir habe ich heute eine ganz leichte Ausrüstung, nämlich die Sony A6001. Das ist die Kamera, mit der ich eigentlich filme und dabei habe ich noch einen Bollfilter, den kann man immer brauchen, um etwa das Wasser zu entspiegeln oder etwa um die Farben etwas zu sättigen. Das heißt, ein Bollfilter sollte immer in der Tasche sein. Warum ich keine Ausrüstung mitgenommen habe, keine umfangreiche, ist ganz einfach. Wer will schon hier in Venedig bei tausenden von Leuten zur Mittagszeit ein Stativ aufstellen, wo er sowieso keine Chance hat, um zu anständigen Fotos zu kommen. Und so ist es besser, wirklich diese 24 Millionen Pixel Kamera von Sony mit sich zu schleppen. Was man dazu sagen muss ist, ich bin draufgekommen, 24 Millionen Pixel sind für meine Arbeit nicht ausreichend, aber für die meisten sollte es ausreichen, denn ich bin jemand, der eigentlich relativ kraft. Jetzt befinde ich mich hier direkt beim Hathoch-Café in Venedig und ich weiß, neben gibt es die Gondoläre und die Gondeln, die ein Motiv bieten können. Es gibt tausende von Leuten, das ist das große Problem, aber wir zählen uns das Ganze an. laabsch laabsch neabsch Was darf nicht fädeln? Der Gang zur Rialto-Brücke. Komm Leute her! Jetzt hier ein paar Aufnahmen raus zur Rialto-Brücke. Jetzt war ich natürlich auf der Rialto-Brücke und habe herunterfotografiert. Und jetzt geht es hin zur Rialto-Brücke, denn die möchte ich jetzt auch von hier einfangen. Venedig ist wirklich wunderschön, es als Tourist anzusehen. Noch schöner wäre natürlich hier eine Fototour zu machen. Aber nicht zur Unzeit, sondern am Abend oder in der Früh. Man müsste hier einige Tage in Venedig bleiben, damit man sieht, wo man die besten Fotos machen kann. Und vorab etwa ein Locationscouting betreiben, um etwa die Lichtstimmung abzuchecken. Ja, hier sehe ich jetzt wirklich ganz schön hier ein Haus. Wirklich mit herrlich grünem Wasser. Und hier werde ich noch eine Aufnahme machen. Und dann werde ich mich hineinbegeben, um etwas zu essen und ein genüssliches Bier hier zu trinken. Dkinzige Musik Vierge Vierge Zirge Vierge Vierge Damit ihr einen Eindruck habt, dass ihr seht, was so viele Touristen ausmachen und wie viele Leute Fotos kaputt machen können, aber da ist man selber schuld, wenn man praktisch zur Haupturlaubszeit, wo Millionen Touristen und Hunderttausende in der Woche Venedig besuchen, wenn man hier einen Ausflug macht, also das muss man einfach hier klar sagen. Ich hoffe, mein kleiner Ausflug nach Italien, nach Venedig und Murano hat euch gefallen und ihr habt auch gefallen gefunden am ein oder anderen Urlaubsbild, das zur Unzeit geschossen wurde und keinen Anspruch auf fotografische Schönheit oder Qualität hat. Ich wünsche euch wie jede Woche gut Licht, passt gut auf euch auf, ciao Papa, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, Arrivederci aus Italien, ciao! Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020